Was geht ab, meine liebe Lebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder auf einem PvP-Server unterwegs. Wir haben ziemlich viel Action erlebt, aber auch ziemlich fragwürdige Situationen. Ich würde das jetzt auch mal so stehen lassen und euch das entscheiden lassen. Und wir haben natürlich neue Spieler auf dem PvP-Server kennengelernt. Grüße gehen auf jeden Fall da nochmal raus. Wir haben natürlich zusammen den PvP-Server ein bisschen auf Trab gehalten. Seht selbst, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß in dem Video. Let's go! Okay, ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich kurz in den Tor hier laufe. Holy shit, was machen die Wölfe denn hier, bitte? Okay. Ich weiß nicht, von wo der jetzt geschossen hat. Kommt der jetzt von unten oder kommt der von... Oder ist der oben drin? Warte mal. Kurz hochpushen. Oh shit! Okay, den muss ich kriegen, Leute. Den muss ich kriegen. Oh shit, hatte ich einen Kack. Aim, Alter. Oh mein Gott. Okay, ich muss mich jetzt erstmal safe verbinden. Okay, ich blute nur einmal. Easy. Ja, ich war jetzt aber auch relativ unentschlossen, ob ich mit dem reden soll, mit dem Dude. Ah ja. Die Magazine würde ich ganz gerne nehmen. Das Biotika nehme ich, das nehme ich. Danke, Bro. Der versucht da gerade gegen Wolf zu kämpfen. Ich würde mich jetzt einfach mal nicht einmischen. Ob ihr ihn kriegt? Mal gucken. Was macht der Gute da? Soll ich ihm helfen? Komm, ich helfe ihm. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt hin ist. Bei mir ist einer drin. Hey, buddy. Hey, buddy. Hey, buddy. Was up? Wanna talk? Hey, Bro. So, wir ändern die Regeln jetzt einfach mal, Leute. Die, die nicht mit mir reden wollen, die werden einfach erschossen. Ich kenne da jetzt nichts mehr. Kurze Zeit darauf hat sich rechts neben mir die Tür geöffnet. Da hatte ich einen kleinen Fight. Als ich ihn gut erwischt hatte, wollte ich ihn unbedingt pushen. Leider war er auf der Treppe darauf vorbereitet, dass ich ihn pushen möchte. Ich würde sagen, das ist nicht ganz so gut für mich ausgegangen. Deswegen spawnen wir einfach noch mal neu. Yo, hello. Was geht ab? Bist du Deutsche? Hallo. Ja, ich bin... Hi, servus. Wer war denn da oben auf dem Tower grad? Wo denn? Ja, ganz oben. Wo bist du hier? Ich bin bei euch drin, ja. Ich wurde grad oben erschossen, als ich pushen wollte. Als ich pushen wollte, wurde ich grad erschossen. Weil keiner mit mir geredet hat. So, ich bin eigentlich recht friendly, also... Wenn ihr Bock habt, könnten wir ja teamen. Okay, okay, ich weiß nicht, was die hier vorhaben. Vielleicht können wir das hier friendly lösen, Leute. Jungs, seid ihr noch da? Also, ihr habt anscheinend keinen Bock mehr zu reden. Yo, Digga, hast du mich jetzt grad weggeknallt, eigentlich? Nein, ich war das nicht. Wo warst du da gerade eben? Ich bin im ersten Stock bei den Servern. Oder was das sein soll, hier. Okay, ganz oben ist auch noch einer. Wir haben gedacht, du, jetzt um Sven, du mit uns lege sein. Jetzt kommt grad einer hoch. Seid ihr das? Ja, das ist das für dich. Okay, okay, nice. Perfekt. Ich komme auch. Der auf der Treppe? Gehört auch noch zu dir, oder? Ja, 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 genau. Was war denn beim ersten Mal los im Tower, wo du deine Schuhe ausgezogen hast? Nee, hab ich nicht. Ja, doch, das warst du auch, du. Du hast mich da weggeholt. Ich? Da bin ich grad gejolt. Ja, ja. Also, ich hab meine Schuhe nicht weggeholt. Also, ich hab meine Schuhe nicht ausgezogen. Du, wie hättest du einfach keine Schuhe an? Ja, echt? Nein. Also, ich weiß so, wenn du das warst, hast du die Türe aufgemacht und hast dann natürlich rausgeämmt. Ja, okay, dann hab ich natürlich draufgeschossen, dann wollte ich pushen. Hast du einen Witz abgekommen? Nee, ich hatte gar nichts. Bis ich hoch bin und dann bin ich umgekippt. Jawohl. Du bist ein Boy. Er guckt wieder, er guckt wieder. Er pickt. Er ist nicht lang. Über uns. Wo ist er? Über uns. Direkt, direkt über uns, ja? Ja. Oh, shit. Oh, kurz. Ich hab' einen Nade. Ja, der ist direkt auf der Treppe. Hab' einen Hit kassiert. Ich sehe ihn an der Treppe. Hab' ihn. Ich hab' ihn. Fass' ich nicht. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob der umgekippt ist. Es kann sein, dass der, dass der in die Wand gebackt ist. Ich guck mal. Auf jeden Fall hat er extreme Hits von mir kassiert. Warte, safe. Ganz oben safe. Nice, perfekt. Friendly? Jo, hallo. Es geht. Bist du friendly? So, ja. Das Ding ist ja so, dass es rauskommt. Ja, ja. Stimmt, wegen Starry-Stat. Müsst du noch unten? Nee, ihr müsst halt so mäßig. Mit erhobenen Händen rauskommen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaub, das hört sich sehr gut an. Aber wenn du möchtest, kannst du mit erhobenen Händen reinlaufen. Aber nackt, bitte. Vielleicht geht es bei euch so. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir deinen vier Leuten rein. Ich hab' den gegen gehört, der auf die Leiter hochgeklettert, oder? Der, wo gestorben ist? Ich hab' die Leute. Ja, okay, gut. Also, wenn du Bock hast, kannst du gerne reinkommen, aber dann halt die Waffe wegstecken. Weißt Bescheid, ne? Ajo, ich komm' rein, ich hab' eh keine Waffe, ich bin Bambi. Wie geil! Was ist ein Typ? Geil, Bro. Keine Ahnung, man kann's ja mal probieren, das wär lustig gewesen. Versuch das, es wär' doch jeden Fall, ja. Alles Klasse, wie lustig das gewesen wäre, werden wir jetzt mit erhobenen Händen rausgelaufen und dann steht ein Bambi vor uns. Ja, das ist ständig. Das wär echt nice. Hit. Boah, er leckt voll. Das ist ein Bambi, oder? Hab ihn. Set. Der Arm, Alter. Schüsse ja. Komm mal. Hier unten läuft noch eine Dijkantore, Bambi. Ich geh mal grad kurz runter, äh, die Dijkantore holen, aber ich hab' hier Max gefunden, alle. Schüsse ja. Holy shit. Geil. Jo, Leute. Watt. Aufpassen, da ist irgendjemand hochgepusht. Habt ihr den? Ja, 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 den ist der Arm. Okay, nice. Der V.C. ist schön im Nahkampf. Fuck, fuck. Der Max hat ihm einfach Törner gegeben. Okay. Ich komm hoch, ich komm hoch. Rot-schwarzer Hoodie. Da ist einer, da ist einer. Auf der Treppe. Auf der Treppe. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich blute, äh. Ich bin hier, wo bist du, oder? Wir können auch rüberpushen, den anderen Tower in Beschlag nehmen. Könnten wir machen, ja. Wollte ich auch gerade vorschlagen, wie wir vor kurz. Hier denn, abgeh' da. Jalla. Sind wir wieder zuviel, Tja, ne? Jop. Also schießt nicht auf den mit der Weihnachtsmütze. Wollen wir hinpushen. Zur Feuerwehr. Das ist einfach runtergesprungen. Wird er sich umbringen, oder? Weiß nicht. Ja komm, gar nicht lang fackeln, rüber da. Aber wenn er ne Waffe hat. Der hat nichts in der Hand, ein bisschen Bombi. Okay. Gut, ich glaube, der wollte hier jetzt gerade ne Waffe aufheben. Ja, kann sein, dass er die Waffe haben wollte. Da kommt noch ein Bombi auf uns zu. Hey Bro, was ist denn? Kannst du sprechen? Hast du, hast du einen Magen? Hier müssen wir ganz kurz ein kleines Päuschen machen. Hm, also ich möchte jetzt niemanden irgendwie etwas unterstellen. Aber die Eintrittswunde bei diesem Bambi war einfach viel zu frontal. Und man sieht auch, dass einer unserer Mates auf den Knie mal und die Waffe im Anschlag hatte. Und die Waffe passt zum Sound. Ich möchte, wie gesagt, niemanden etwas unterstellen. Ihr entscheidet, liebe Leute. Holy shit, wer hat den von uns jetzt gerade weggesniped? Keiner von uns. Das war ein Sniper. Von links. Ja, hier von rechts. Okay. Also ja, da wo wir gerade hingucken alle. Also da wo wir... Zu diesem Sende Militärmasten da. Nee, nee. Rechts davon. Rechts davon. An den kleinen Häusern. Ah, ja, 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 ja. An dem kleinen... Ja. An den Zäunchen, an den Häusern. Oder an einem kleinen Haus. Da ist er. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich merke gerade so keinen... Ich glaube, ja. Ja, 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 ja. Oh, hinter mir. Oh, shit. Okay, ich muss schnell wieder los, Leute. Ich muss in die Richtung. Holy moly, Leute. Das war ein Schuss auf mich. Jetzt mal alles mit, was so geht. Das reicht erst mal. Und jetzt ab zu den Jungs. Jetzt muss ich schauen, dass sie noch da sind. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie nicht weitergepusht sind. Aber wenn sie weitergepusht sind, dann wahrscheinlich eher Richtung Feuerwehr. Jungs? Seid ihr noch hier, Jungs? Jo, 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 jo. Hallo. Ah, nice. Perfekt. Äh, ich hab hier alles aufgeräumt. Bist du das hier im Busch? Äh, ich... Ja, das bin ich. Das war... Das war unser Mate hier, kann das sein? Ja, das war Bex. Der ist vorgepusht. Warte, lass mal kurz Stuff saven. Falls er auf dem Weg nichts finden sollte. Nice. Ja, der kam plötzlich hier von links raus aus dem Busch. Ich hab den gar nicht richtig gesehen. Der Kamel war das. Okay, perfekt. Sollen wir hier auf die Jungs noch kurz warten, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, ja, hab ich ausgeschickt. Perfekt. Von der Feuerwehr läuft gerade einer rüber, Vorsicht. Hat einen Hit. Sehr schön. Ist das, oder? Ja. Da kommt einer. Vorher, nach dem LKB. Richtung Feuerwehr. Bambi. Ah, ich seh'n. Warte, lass uns warten. Nicht, dass es einer von unseren Leuten ist. Ja. Ähm, wie sieht's denn aus? Bist du denn auf Office-Savern unterwegs, oder? Ja, bin ich auch. Also, hi, servus. Ja, hallo. Ihr Schwasten, ihr habt mich gerade erschossen. Ihr habt da hingehängt, ne? Ja, ihr Däpfchen, Alter. Ich wusste genau. Ihr Behinderten, Alter. Echt. Junge, ich bin so abgefuckt. Ich spawne dreimal hinten in der Barackenstadt. Und dreimal vor so einem Typ seiner Fresse. Und er schießt mich dreimal. Geil. Dann komm ich hierher. Das darf nicht hier schon, Alter. Dann komm ich hierher. Er schießt einen. Und dann fliegen mir Schüsse auf mich ein. Und ich wusste genau, ihr seid. Dann komm ich mal jetzt nach der Richtung. Zum Heli. Okay, Leute. Wir wären dann schon wieder am Ende von diesem Video. Grüße gehen auf jeden Fall an Black Panther, Zero Speedy und Bex raus. Leute, wir stehen so kurz vor den 1000 Abonnenten. Würde mich mega supporten, wenn wir den Sack endlich zumachen. Wäre mega cool von euch. Wenn dir das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.